Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 65.700 US-Dollar. Es geht weiter bergab mit den Kryptokursen. Auch wenn wir gestern ein kurzes Fake-Out nach oben hin in Richtung 67.300 US-Dollar gesehen haben, sehen wir keine nachhaltige Erholung. Wir bewegen uns weiterhin nach unten, so wie wir letzte Woche schon darüber gesprochen haben, wie das jetzt weitergeht. Wie wir bei Ethereum jetzt weiter fortfahren, Gold, DAX etc. pp. Das erfahrt ihr auf jeden Fall im heutigen Update-Video, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es so nicht gemacht habt, aber auch gerne natürlich in die kostenlose Telegram-Talk-und-Signal-Gruppe reinscheuen. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr noch was Kleines gewinnen wollt, einerseits müsst ihr dafür bei BingX angemeldet sein, andererseits müsst ihr einfach nur eure UID, also eure User-Kennung, User-ID von BingX unten in die Kommentare reinschreiben, dann habt ihr die Chance, einfach jede Woche ein paar Free-Trades zu gewinnen. Die werde ich dann auslosen, beziehungsweise euch dann benachrichtigen. Also macht da gerne mit, ist eine coole Aktion von BingX und ihr müsst einfach nur einen Kommentar unten reinschreiben. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 65.760 US-Dollar. Wir sehen schon, übers Wochenende gab es eigentlich überhaupt keine Bewegung, deswegen gab es auch keine Updates-Videos, weil sich einfach momentan der Markt kaum bis gar nicht wirklich bewegt. Wir sehen, seit unserem Move hier hoch in Richtung 72.000 US-Dollar, sind wir eindeutig in einem Downtrend gefangen. Wir schaffen keine höheren Hochs. Das gestern war zumindest mal ein kleiner Versuch in Richtung 67.300 US-Dollar, aber nachhaltig war das nicht. Wir haben kein höheres Hoch auf Schlussbasis im 4-Stunden-Chart bekommen. Wir können uns das Ganze auch mal im 1-Stunden-Timeframe angucken. Auch dort haben wir kein höheres Hoch reinbekommen. Das heißt, gestern mehr, schon wieder so ein bisschen mehr Liquidierungen, ein paar Shorts aus dem Markt killen, bevor dann nachts der nächste Move nach unten hin durchkam. Positiv jetzt bei diesem Move muss man ehrlicherweise sagen, zwar haben wir eine kleine Bullish Divergence im 1-Stunden-Timeframe, was mir ehrlich gesagt nicht so gefällt, ist, dass hier aber zwei ordentliche Wicks nach unten hin gebildet wurden. Dies meiner Meinung nach auf jeden Fall noch aufzufangen gilt, bevor wir im Endeffekt erst nachhaltig nach oben hin wieder eine Erholung starten können. Was mich auch noch ein bisschen stört, worüber wir ja schon die letzten Wochen immer wieder gesprochen haben, dass vor allem dieser Bereich hier unten ab 63.500 US-Dollar bis knapp 62.000 US-Dollar, eigentlich das ist unten eigentlich hier unsere Zielmarke. Einerseits wegen dieser Ineffizienz einfach nochmal diesen Retest zu machen, wegen diesem ineffizienten Move kann man schon ehrlicherweise hier nach oben hin sagen, mit sehr, sehr wenig Volumen den Markt sehr, sehr nach oben hin gepusht. Sollte es ehrlich gesagt hier nochmal runtergehen, bevor wir eine kurzfristige Erholung nach oben hin sehen. Was mich so generell ein bisschen gewundert hat, ich habe ja gestern eine kleine Umfrage gemacht in der Telegram-Gruppe, kauft ihr Altcoins? 44% haben mit Ja geantwortet, 56% mit Nein. Anscheinend sind viele immer noch in Altcoin-Stimmung. Was mich wundert, nachdem in den letzten Wochen, man kann sogar schon Monaten sagen, nicht wirklich viel passiert ist. Und auch wenn wir uns den Bitcoin-Kurs angucken, Bitcoin akkumulieren, okay, verstehe ich. Wir haben eine riesige Range seit März 2024 gebildet, die jetzt schon über drei, also März, April, Mai, Juni, also schon vier Monate im Endeffekt läuft, ohne dass ich wirklich was tue. Da zu akkumulieren, okay, bei den Altcoins sehen wir aber im Endeffekt nur eine Richtung und das ist nach unten. Weshalb ich immer noch ein bisschen davon warne, ey, passt auf, wer noch überhaupt nicht in Altcoins drin ist, okay, investiert 30 bis 50% vielleicht von eurem Vermögen, was ihr in Altcoins reinstecken wollt, jetzt in Altcoins und den Rest dann möglicherweise erst später. Der Sommer kann noch lang werden. Die Kurse können weiterhin fallen. Wir haben bei der Bitcoin-Dominance immer noch keinen richtigen, ja, Breakout, ehrlich gesagt, nach unten, was die Altcoins mal ein bisschen nach oben treiben könnte. Also ich wäre da weiterhin sehr, sehr vorsichtig, deswegen mache ich auch keine Altcoin-Videos, weil ich keinen Bock habe, mit irgendwelchen Moon-Prognosen euch jetzt irgendwie da reinzuzwingen, um euch dann in einem Monat zu sagen, oh, hups, die Kurse sind noch weiter eingebrochen. Also da warte ich ehrlich gesagt noch, aber deswegen hat es mich gestern ein bisschen gewundert, dass doch die Umfrage so deutlich ausgefallen ist. Aber egal, zurück zu Bitcoin. Bitcoin, wie gesagt, für mich hier unten eigentlich, das sind die Long-Entries. Diese Bereiche hier unten, dort würde ich gerne meine nächste Long-Position dann langsam aufbauen. Momentan eher Seitenlinie, short-technisch würde ich auch einfach erst mal ein bisschen warten. Wenn wir uns das mal angucken, was das vom Setup her wäre, wäre ungefähr ein 2,5% Risk, sollten wir hier unten dann reingehen. Das werden wir uns aber dann anschauen, wenn es soweit ist. Vielleicht noch zu der Divergenz. Wir haben auch im 4-Stunden-Timeframe eine kleine oder besser gesagt größere Divergenz momentan vorliegen. Aber, wie gesagt, der WIC ist mir etwas zu lang. Und da würde ich wirklich dann eher darauf hoffen, dass wir in Richtung 63.500 US-Dollar noch einmal abverkaufen. Ethereum können wir kurz und knapp machen. Nichts geändert. Wir bewegen uns auch hier langsam, aber geschmeidig in Richtung Ziel von unseren 3.230 US-Dollar beziehungsweise 3.170 US-Dollar. Vorher werde ich hier auch nichts machen. Aber auch hier sieht man eindeutig Geduld. Zahlt sich früher oder später aus. Früher oder später kommt der Kurs dahin, wo er im Endeffekt seinen unnötigen Pump begonnen hat beziehungsweise diesen ineffizienten Pump begonnen hat und holt sich diese Liquidität wieder, bevor wir dann hier unten dann mit unserer Long-Position einsteigen könnten. So, gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es da aus? Auch hier warte ich weiterhin noch auf den nächsten Entry, muss ich ehrlicherweise mal sagen. 2.276, 2.277. Das sind so die nächsten Entries. Hat sich wenig getan. Dann meine Hoffnung jetzt für die nächsten Stunden sieht dann eher so aus, dass wir hier einen größeren doppelten Boden bilden und dann im Endeffekt hier unten dann unseren Long-Entry reinkriegen, bevor wir dann nochmal eine Erholung in Richtung 2.370 US-Dollar sehen. Also auch hier kaum Veränderung zu dem, was ich letzte Woche gesagt habe. Deswegen auch, wie gesagt, am Wochenende kein Video. Der Plan bleibt weiterhin bestehen. Und da werde ich euch dann auch in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall benachrichtigen, sollte ich hier in irgendwelche neuen Trades reingehen, auch bei Gold, beziehungsweise auch bei Bitcoin. Ja, gehen wir rüber zum DAX. Da hat sich ein bisschen mehr entwickelt, muss ich ehrlicherweise sagen. Da war ja letzte Woche auch unser Plan. Okay, wir gehen hier diesen Bereich 18.100 US-Dollar Long. Wir sind aber dann bodenlos hier unten durchgefallen. Wir sind dann bis zum Pivot hier runtergekommen. Wenn wir uns das mal auf den 1-Stunden-Time-Frame einsehen. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche das Video gemacht. 18.270. Wir sind aber wirklich komplett bodenlos nach unten hindurch. 17.950, da wo der Pivot war, haben wir einen kurzen Halt gemacht. Sieht aber momentan jetzt auch nicht ein bisschen hier nach Stärke aus. Das heißt, auch hier würde ich jetzt derzeit noch ein bisschen abwarten, wie wir uns die nächsten Stunden jetzt erstmal aufhalten. Volumentechnisch haben wir hier noch, ich muss ein bisschen rüberschieben, haben wir hier noch ein bisschen Volumina übrig, wo ich sagen könnte, okay, hier diese Preisbewegung bis ungefähr 17.890, 17.900 Punkte. Die könnten wir uns noch holen mit so einem kleinen auch hier. Doppelten Boden nochmal unter den Pivot wicken, bevor wir dann eine Erholung starten, zumindest in Richtung 18.400 Punkte. Und von dort oben dann möglicherweise eine Short-Position öffnen, weil wir hier oben doch etwas mehr, sage ich mal, Volumen haben, beziehungsweise mehr Price-Action, die wir dann erstmal überwinden müssen. Sollte dann hier oben ein bisschen der Struggle reinkommen beim Pivot, gehe ich stark davon aus, dass wir den größeren Abverkauf dann sogar noch in Richtung 17.400 US-Dollar sehen. Heißt, hier ist der Plan, auf jeden Fall Long-Position, dann hier oben mit einer Hedge-Short hier oben dann reinzugehen bei 18.400 Punkte. Das können wir uns auch nochmal ganz kurz gegenchecken mit unserem FIP-Level, wie es danach aussieht. Und da sehen wir auch, okay, würde perfekt mit dem Golden Pocket hier oben übereinstimmen. Also, das ist der Plan. Gehen wir nochmal rüber zum Euro gegenüber US-Dollar. Da haben wir ja schon zwei Take-Profits genommen. Den dritten, da warte ich auf jeden Fall noch, weil da ist mir ein bisschen zu wenig Bewegung. Wir gehen mal ganz kurz in den 4-Stunden-Time-Frame, wie es dort momentan aussieht. Hups, ja. Also da sehen wir zwei riesige oder größere Abverkaufswellen, die wir im Endeffekt als Take-Profits genommen haben. Momentan strugglen wir hier auch ein bisschen. Vielleicht nochmal eine Erholung, da können wir nochmal ganz kurz das FIP-Level ziehen, von unserem letzten Zwischentop bei 1,085 bis runter zu 1,066. Wäre nochmal eine Erholung bis ungefähr 1,078. 1,08, das ist unsere Range, wo ich sagen würde, okay, da könnten wir sogar darüber nachdenken, hier in Richtung Pivot bzw. in Richtung Golden Pocket sollte diese Erholung kommen, dass wir hier nochmal die Position verdoppeln, das heißt den Short noch einmal verdoppeln und dann, sage ich mal, den Rest nach unten hin mitnehmen bis circa 1,057 bzw. 1,055. Also hier sind wir weiterhin gut vorbereitet, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Short läuft, Gegenposition würde ich momentan noch nicht, sage ich mal, aufmachen. Aber das Maximalziel hier unten sind die 1,055 und dort nehmen wir dann auch den dritten oder möglicherweise sogar ein bisschen mehr Take-Profits, sollten wir hier noch zur Verdopplung oben reinkommen. Ansonsten, ja, tut sich relativ wenig, Altcoins lasse ich absolut die Finger von. Würde ich euch ganz ehrlich auch raten, wie gesagt, außer ihr seid überhaupt nicht in Altcoins drin. Ansonsten warten, der Sommer wird lang bzw. der Juni ist jetzt zur Hälfte rum, aber ich denke mal noch ein, zwei Monate werden wir auf jeden Fall noch ein bisschen Struggle haben, bevor überhaupt mal irgendwie was passiert. Ansonsten würde ich sagen, lasst unten eure User-ID von BingX in den Kommentaren, damit ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt. Wie gesagt, gibt es jetzt jede Woche. Und ansonsten, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und auch gerne unseren Podcast anhören, ist die neue Folge rausgekommen am Freitag, heute Abend dann um 18 Uhr auf YouTube. Das war es von mir, ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stag.